Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part meiner FIFA 16 Wishlist. Es ist sozusagen ein Update, eine 2.0 Version. Vor einigen Wochen habe ich schon mal ein derartiges Video hochgeladen mit meinen ersten Ansätzen für Wünsche, die meiner Meinung nach in FIFA 16 enthalten sein sollten. Allerdings ist jetzt nach der E3 natürlich schon einiges bekannt gegeben worden und somit habe ich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen überarbeitet. Ich habe jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Fakten, mit denen man hier und da arbeiten kann. Und dementsprechend werde ich euch jetzt einfach mal meine Punkte nennen und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Punkt 1 ist ganz klar und wirklich sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, was gerade das Ultimate Team anbetrifft, die Price Ranges. Meiner Meinung nach sollten diese Sachen entweder komplett verschwinden oder komplett neu konzipiert werden, denn es funktioniert so einfach gar nicht. Egal auf welche Konsole oder beziehungsweise um es allgemein zu halten, auf welcher Plattform man spielt, egal ob PC, PS4 oder Xbox, überall machen die Price Ranges den Markt kaputt und den Spielern meistens ja auch die Chance, irgendwelche hochkarätigen Spieler zu verkaufen, die sie jetzt beispielsweise im PAX ziehen, weil einfach keine Sau diese Spieler kauft, weil man nur mit Wertverlust praktisch rumhantieren würde. EA hat schon, soweit ich mich da mal durchgelesen habe und soweit ich das auch gesehen habe, auf der EA Sport Seite, soweit ich da informiert bin, wobei ich da jetzt keine genauen Angaben machen möchte, haben sie schon gesagt, dass sie in FIFA 16 mehrere Möglichkeiten mit einbinden wollen, wie man das Ganze noch weiter unterbinden kann, also gerade Coin Buying und Selling, was ich prinzipiell nicht schlecht finde. Allerdings hoffe ich, dass damit dann auch mit inbegriffen ist, dass Price Ranges wieder aus dem Konzept rausfliegen oder halt komplett anders gestaltet werden, denn so wie es halt aktuell läuft, geht es zumindest in FIFA 16 gar nicht weiter, hoffe ich zumindest, aber lassen wir uns mal überraschen, was EA davor hat. Ich bin auf jeden Fall in diesem Punkt sehr gespannt. Kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Beim zweiten Punkt habe ich die Verteidigung aufgeschrieben. Das bezieht sich hauptsächlich darauf, dass die Verteidigung dieses Jahr relativ unbeweglich war, sich sehr, ja, störrisch bewegt hat, also nicht wirklich gerade bei Tempowechseln oder so schlecht hinterhergekommen ist und generell schnelle Stürmer die Abwehr dann doch sehr leicht mit, ich sag mal, rasanten Tempowechseln einfach so überlaufen konnten und dementsprechend natürlich dann auch die Torhüter-KI dazu kam, was das Ganze nicht gerade einfach gemacht hat. Aber hier kann ich schon mal Entwarnung geben, denn alles, was bis jetzt so bekannt gegeben wurde, ist auch, dass gerade im defensiven Bereich viel getan wurde. Es heißt dort, ich zitiere es nicht wortwörtlich, sondern mehr so mit den eigenen Worten, dass die Verteidigung eigentlich komplett nochmal überarbeitet wurde. Das heißt, es sind schnellere Tempowechseln möglich. Wenn ein Abwehrspieler rausrücken sollte, wird diese Lücke von einem anderen Mittelfeldspieler, einem defensiven beispielsweise, oder von einem anderen Verteidiger geschlossen. Somit wird auch dem Gegner weniger der freie Raum ermöglicht. Also sprich, einfach, ja, große Löcher, die doch teilweise gerissen werden, sind einfach so laut EA nicht mehr vorhanden. Und da bin ich echt mal gespannt, wenn sie das so umsetzen, wie sie das schreiben. Hört sich das auf jeden Fall nach einer extrem guten Neuerung an. Aber das sehen wir halt auch erst, wenn die Vollversion dann draußen ist. Ja, und kommen wir auch dann schon zum dritten Punkt. Den dritten Punkt, den ich auf meiner Liste aufgeschrieben habe, sind die Torhüter. Die Torhüter wurden zu Beginn von FIFA 15, beziehungsweise so im Warm-up, zu FIFA 15 hin riesengroß angekündigt, dass alles überarbeitet wurde. Vor allem die neuen Animationen und Hechtparaden, Reflexe, weiß was ich, wie man das alles nennen möchte und zusammenfassen kann. Das wurde alles überarbeitet, alles neu animiert. Die Torhüter wurden da extra mit Motion-Capture-Gedöns da irgendwie eingefangen und dies und das und andernas. Aber im Endeffekt hat es halt nicht so funktioniert, wie sich das EA, glaube ich, vorgestellt hat. Und man sieht es auch wirklich ganz oft. Das beste Beispiel ist, denke ich mal, vielleicht habe ich auch eine Szene, die ich euch reinschneiden kann. Wenn ihr sie seht, habe ich jedenfalls nicht. Dann seht ihr jetzt irgendwas anderes. Ganz klassische Szene, Stürmer läuft auf Torwart zu, Torwart kommt raus, läuft einfach praktisch eine Linie geradeaus. Der Stürmer macht einen Schritt nach rechts, ist am Torwart vorbei und kann theoretisch nochmal einen Kaffee trinken gehen und dann erst den Ball ins Tor reinrollen lassen, reinlaufen sogar, wenn es sein muss. Und da hoffe ich einfach, dass man das erkannt hat, dort ordentlich nochmal gearbeitet wird. Ich meine, klar, also Reflexe und so, man hat es gesehen. Da waren schon einige Dinge dabei, die so nicht gehalten wurden in den vorherigen Teilen. Allerdings hat man auch viel zu viel gesehen, was hätte nicht passieren dürfen. Gerade, bestes Beispiel, einfach rauslaufen, man kann den Torwart einfach sowas von einfach umrennen. Das ist klar, wenn du einen schnellen Spieler hast und der Torwart kommt schon früh raus und man hat noch ein, ich sag mal, großes Areal, wo man sich drin bewegen kann als Stürmer, wo man ausweichen kann, ist das ja durchaus realistisch. Aber das ist halt auch einfach viel zu oft passiert. Und da hoffe ich mir auch ein bisschen eine Neuerung, dass da die Torhüter nochmal von der KI auch überarbeitet werden, dass da nicht so viel Bullshit passiert. Das wäre doch sehr, sehr lobenswert. Punkt 4 steht dann. Ja, Punkt 4, da bin ich ja immer so ein bisschen fixiert drauf, sind die Skillgames. Mache ich ab und zu gerne mal, einfach wenn ich FIFA starte, bevor ich in irgendein Match gehe oder so. Einfach so just for fun. Das hat auch meiner Meinung nach nichts mit Warmspielen oder so zu tun. Das ist einfach so, um sich selber ein bisschen was zu beweisen, sag ich mal. Und da hoffe ich mir einfach nur, dass da noch ein paar mehr Möglichkeiten mit eingebunden werden, sprich neue Skillgames, einfach dass die, ja, dass die Anzahl an Skillgames, die im Spiel vorhanden sind, einfach erhöht wird und man somit dann noch mehr Auswahlmöglichkeiten hat, was die Skillgames anbetrifft. Also ein etwas kleinerer Punkt. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Und dieser bezieht sich hauptsächlich auf Foot, also FIFA Ultimate Team. Ich mach's mal kurz. Zum einen wünsche ich mir mehr Ultimate Team Modi. Ich mein, klar, es gibt die Liga, es gibt Pokal, Einzelspiele, Spiel gegen Freund und alles praktisch einmal in der Offline-Version, einmal in der Online-Version. Aber mir fehlen solche speziellen Modi wie zum Beispiel Wager-Matches. Das heißt, man setzt Karten und über den Server wird praktisch eine vom Preis her gleichwertige Karte gesucht und dann spielt man gegen den und dann setzt man halt diese Karte. Sowas fehlt mir. Oder, ja gut, Pingslips macht jetzt nicht zwingend Sinn. Außer man kriegt halt auch was dann dafür, wenn man einen Spieler setzt und das Spiel dann gewinnt im Pingslips. Allerdings ist das ja eigentlich fast schon wieder ein Wager-Match, weil der andere dann auch irgendwas setzen müsste, außer man kriegt das von EA dann selber ausgehändigt. Aber sowas fehlt mir einfach. Solche FIFA, eigentlich auf YouTube schon standardmäßig vertretenen Serien, gerade Wager-Matches, fehlen mir in Ultimate Team schon, weil ich hätte da schon mal Bock drauf. Allerdings kann man das halt ohne integrierten Modus, jetzt gerade dadurch, dass die Tauschangebote ja eh rausgeflogen sind, eigentlich nicht mehr tun. Und dann wünsche ich mir noch eine große Sache, und zwar, dass die Preise für die Packs endlich mal runtergehen. Weil ich bin eh nicht so der Riesen-Fan davon, sich Coins zu kaufen. Das ist, muss ich ja ehrlich sagen, klar, gerade zu FIFA 14 oder so, wo sie auch extrem billig waren. Das war schon nice, weil man einfach Packs öffnen konnte und dies und das und ananas, ja. Aber ich finde, wenn man sich halt durch diese Gekoinen kauft, ja, Freunde, so schaut's aus, wenn man sich durch diese gekauften Coins, so, jetzt haben wir's richtig, irgendwie Mannschaften zusammenbaut, das ist nicht das gleiche Gefühl, wie wenn man sich diese Mannschaften selber erspielt oder ertradet hat. Das ist nochmal ein kompletter Unterschied. Ich denke, da werden auch einige wissen, was ich meine. Und dementsprechend, wenn Packs billiger wären, könnte man die auch mal von den eigenen Coins zahlen. Aber, oder, dass die Ausgabe in Packs besser wird. Das heißt, dass man auch mal bessere Spiele rausbekommt, für das, was man rein investiert. Aber man muss sich's ja mal so überlegen. Selbst wenn man die Liga 1 gewinnt, ich weiß nicht, ob's da ein Goldpack dazugibt, das war in FIFA 13 so, ich glaub in FIFA 14 auch. Wobei ich bis jetzt nur in FIFA 13 die Liga 1 gewonnen hab. In FIFA 14 kann ich mich nicht dran erinnern, in FIFA 15 hast recht nicht. Und, also wenn wir nur mal von dem reinen Coin-Gewinn ausgehen, haben wir in FIFA 15, bei Gewinn der Liga 1, 15.000 Coins, das sind zwei Premium-Gold-Sets, drei seltene Spieler, für 15.000 Coins. Also das geht halt gar nicht. Oder, und das würde ich mir auch nur wünschen, dass die FIFA-Points billiger werden. Denn wenn man schon seine teuren, oder seine erspielten Coins, die halt von der Preis-Leistung her in Packs total unnötig investiert werden, wenn man sich dann schon die Packs oder die FIFA-Points kaufen möchte, dann sollen sie doch da mit den Preisen runtergehen, weil das ist auch total gesponnen. Wenn EA auch meiner Meinung nach verhindern möchte, dass Coin-Selling und vor allem Buying verhindert wird, dann sollten sie vielleicht auch mal einfach einen Schritt weiter denken und mit ihren Preisen mal runtergehen, weil das ist eigentlich auch einer der Hauptbeweggründe, warum das Ganze überhaupt so passiert. Weil kein Mensch kauft sich heutzutage noch, da kann mir jeder erzählen, was er will, aber kein Mensch kauft sich 17 Packs für 20 Euro oder so. Oder wenn es sogar noch weniger sind. Ich kenne die aktuellen Preis-Leistungs-Stats da nicht, was man da für welches Geld bekommt, aber da würde ich mir auf jeden Fall ein paar Änderungen wünschen. Genau. Und das wäre es dann eigentlich auch schon so zu meiner Wischlist. Falls ihr noch irgendwelche Sachen habt, die ich jetzt nicht erwähnt habe oder vielleicht auch in anderer Ausführung oder ihr sagt, nee, guck mal, das passt doch eigentlich so. Lieber hätte ich das und das. Schreibt mir das ruhig in die Kommentare. Und ja, falls ihr auch schon mal FIFA 16 Player Rating sehen wollt, abonniert einfach den Kanal beziehungsweise guckt euch schon mal die erste Folge an. Die zweite steht schon in den Startlöchern, mehr oder weniger. Die wird dann auch die Woche online kommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann noch rein. Tschüssi, Kofki. Und ciao. Tschüssi.